Gebe sie hier runter. Nein, der ist zu stark für dich. So, Mana hätten wir wieder. Boah. Ich sag ja, der ist zu stark für dich. Ja, ein bisschen. So, jetzt. Hallo? Achso. Aha. Gib ihm den Rest. So, jetzt machen wir den fertig. Ah, fast. Komm doch. Und tschüss. Nicht weglaufen, mein Freund. Jawoll. So, auf geht's zur Portalsuche. Brauchen wir jetzt überhaupt noch blaue Portalsteigen? Da bin ich mir nicht sicher. Nee, ich hab tausend Stück. Ich hab auch zwölf blaue. Ja, ich frag mich bloß, ob wir jetzt noch welche brauchen oder nicht. Und ich hab gelbe. Da bin ich nicht hoch. Ich hab eine Sprengbombe. Cool. Wo ist dieses blöde Portal? Okay, das war dämlich. Ah, ich bin ja aufgestiegen, die Leute. Das kommt hier hin. Dann machen wir eher den hier. Achso. Hast du das Portal schon gefunden? Äh, ich bin grad am Tune. Okay, das Portal ist irgendwo in den Dungeon drin. Zumindest ist es nicht an der Oberfläche. Nein. Definitiv nicht hier. Dann bauen wir halt noch ein bisschen ab. Au. Komm mal auf hier. Wir suchen das Portal. Im Moment noch nicht, ne. Will overpowered werden. Lauf du Feigling. Und tot. So. Warte mal. Wir sollten das hier machen. Okay, ich hab grad ein kleines Problem. Wo ist denn? Ich hab zu wenig Platz in meiner Leiste. Wer nicht. Ja. So, das nehmen wir alles mit, weil das werden wir später auf jeden Fall noch brauchen. Ups. Bisschen was mitnehmen hier. Solange wir da sind. So. Äh. Wo bist denn du gerade? Äh. Auf einem Berg. Auf einem Berg. Auf einem Berg? Auf einem Berg. Auf einem Berg. Ich versuche grad zur Spitze zu kommen. Warum auch immer. Aber ich versuche es. Du könntest mal so langsam hierher kommen. Ich bin verarscht. Du bist gerade erst da hochgekommen. Ja, wir wollen doch weiter, oder? Oder nicht? Ja. Ich wollt von hier oben gucken, wo das Portal ist. Also im Nichts. Das Portal ist irgendwo im Dungeon. Verdammt. Was im Dungeon? Hm. Ich bin die Oberfläche schon, weil ich die Oberfläche schon abgegangen bin. Aber ich war schon im Dungeon. Da war nix. Ja. Hier gibt's mehrere. So. Ich bin jetzt ganz oben. Hm. Ah. Da hinten ist eins. Ich hab eins. Machen wir mal den hier. Und auf dem Turm da oben ist Loot. Der geht natürlich nicht. Dafür schmeißen wir das weg. Oh. Dann nehmen wir das hier mit. So. Warte mal. Das machen wir gleich nochmal. Oh. Das ist eigentlich sinnvoll. Okay. Jetzt fehlt uns das. Haben wir hier noch irgendwas in der Nähe? Also ich setz dann die Portalsteine ein. Geh? Ja. Mach mal. Das haben wir hier glaub... Doch da oben ist... Ne. Das sind Karotten. Da oben ist weg. Ich schicke den. Rucksack voll. Strohblock ganz ehrlich. Weg damit. Ready to go. So, dann würde ich sagen, was waren unsere Homebase? Wir hatten noch keine. Hatten wir noch keine? Nein, wir wollten, glaube ich, die hier nehmen, aber mir gefällt die nicht, wenn ich ehrlich bin. Hey, hier gibt es irgendein Event. Warte mal, wo sind wir jetzt? Was? Aber ich habe doch hier das Ding. Du gehst zurück. Wir kommen von staubiger Kreuzung. Ich weiß aber, da ist irgendein Event. Das geht nur noch fünf Stunden. Ich weiß nicht, was es bringt. Irgendeine Invasion. Zehn Baby. Irgendwas. Au, au, au. Alter. Gib mir. Ah, was ist, was ist? Alter, muss ich mal ein bisschen zurückziehen. Gut. Da habe ich jetzt gar nicht auf geachtet. Erstmal heilen. Oh, du bist level up, schön. So, warte mal. Davon brauche ich noch was. Und da nimmt man sich doch gerne ein bisschen mit. Du sollst töten. Du sollst töten, nicht mitnehmen. Ja doch. Das brauchen wir nämlich. So, wo sind die Viecher? Ich weiß noch nicht, was uns das bringt, aber es ist halt ein Event. Und wahrscheinlich gibt es einen Haufen XP. Schätze ich auch mal. Und Kohle. Oh, da sind welche. Haha, da stelle ich mich doch hier oben drauf. Oh, das Viech kommt hier drauf. Oh, Mist. Oh, oh. Ich bin tot. Äh, lass. Lass mich mal verteilen. Oder auch nicht. Sagte er zu der Kreatierung. Es möchte dich nicht heilen lassen. Ich hab mich geheilt, aber die Großen sind dann doch ein bisschen stärker. Die sind übel. Müssen wir zusammen drauf gehen. Ähm. Warte mal, bevor wir die angreifen. Ich weiß gar nicht, wo die waren. Da oben irgendwo. Hast du noch Dreck? Ja. Nimm dir Dreck in den Inventar und baue dich einfach fünf hoch. Und wie soll ich die dann schlagen? Achso, das kannst du gar nicht. Hier wird nicht gecheatet. Oh, nee. Rückzug, Rückzug. Ich bin schon wieder tot. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Zu viele Gegner. Einmal nicht aufgepasst und schon bist du dran. Alter. Ich hab 10.000 Spinnen hinter mir. Tja, da kann ich nicht viel machen. Hilf mir. Cool, jetzt kommen sie nochmal hoch. Die Idioten. Ah! Ah! Gott sei Dank, ich würde gerne bauen. Gut. Okay. Ähm. Vielleicht gehen wir das Ganze ein bisschen falsch an. Ja, eigentlich ist es bloß hochbauen. Ja, dann bau dich hoch. Und dann gib ihnen. Du alter Cheater. Ja, danke. Ja, natürlich trifft die mich auf zwei hoch. Okay. Die sind ein wenig härter, als ich gedacht hätte. Ja, wir brauchen nur zu viele. Noch drei Babys und zwei große, glaube ich. Ja, und mittlere. So, hier bin ich gestorben. Hier liegt ein Tier. Da, halt! Ruf auf, Mutter! So. Oh, warte mal. So, repariert. Mit Vergnügen, ich muss Leben regenerieren. Leben regenerieren. Hab ich schon. Beim Kampf. Hilfe! Achtung, da kommt gleich eine hoch. Ach, die spinnen jetzt geplätet. Ah, nee. Hast du nicht. Alter, Alter, da ist noch eine. Lass mal heilen. Ich muss mich mal ganz kurz zurückziehen. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin tot. Tot. Ich hab nichts mehr gesehen. So, könnten wir das Ding jetzt endlich mal abschließen. Ich hab keinen Bock, hier Geld zu verlieren. Wobei ich auch noch nicht weiß, wofür es gut ist. Boah, Alter, das sind die Eike. Ich komme mal in deine Richtung. Jo, mach das. Achtung, da unten ist sie. Lauf einfach weg. Lauf einfach weg. Immer im Kreis. Ich treff die, ja? Aufstieg. So muss das sein. Da unten sind noch grüne. Was sind das für welche? Level up. Bambusviecher, brauchen wir die? Ja, die brauchen wir auch.